Irgendetwas ist wohl völlig schief gelaufen bei diesen Links-Demos gegen Rechts, denn inzwischen kommen im Minutentakt Meldungen, wie schlimm es dort gewesen ist. So zum Beispiel eine Meldung von der schwäbischen Zeitung, ich weiß nicht, ob die jetzt besonders konservativ ist oder nicht, oder besonders linken, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, das Ganze ist wirklich bezeichnet, die sagen Niederrümelin zum Münchner Demo. Vom Podium wurde Hass gepredigt. Also wir erfahren das erst heute Dienstag, obwohl diese Demo am Sonntag gewesen ist. Am Sonntag im Radio, habe ich schon berichtet, hat man von solchen Sachen überhaupt nichts gesagt. Und wer das geäußert hat, wie ich zum Beispiel oder andere, der wurde wirklich niedergepöbelt in den Kommentaren. Das ist ganz schrecklich, wie können sie sowas sagen, wie können sie sowas behaupten. Inzwischen gibt es immer mehr Leute, die sagen, diese Demos sind offensichtlich extremistisch unterwandert und da sind wirklich unglaublich viele Linksextremisten mitmarschiert. Erst jetzt erfährt man das, nach zwei Tagen, also das Ganze ist wirklich beachtlich. Also da muss man am Anfang wirklich einen gewissen Mut haben. Aber dieser Herr ist wirklich sehr wichtig, Julian Niederrümelin. Rümelin ist Philosoph, Staatsminister außer Dienst, Mitglied des Kuratoriums des Jüdischen Zentrums München und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Und er traut sich eben zu sagen, dort ist es schlimm gewesen. Er sagt folgendermaßen, ich zitiere hier so ein paar Sätze aus diesem Bericht der Schwäbischen. Es ist beeindruckend, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich nun für die Demokratie engagieren wollen. Klar, er war für diese Demos, weil er ist ja auch selber hingegangen. Er berichtet selbst, was er gesehen hat. Weniger schön ist der Versuch der Instrumentalisierung dieses Engagements von Seiten kleiner, radikaler Gruppen, die als Veranstalter fungierten. Es ist wichtig, ja, ich bin ihm dankbar, dass er das sagt, denn am Anfang, schon am Wochenende gab es einige, wie gesagt, die genau darauf hingewiesen haben und sie wurden niedergepöbelt, ja. Also schauen Sie sich mal ein bisschen die Kommentare an, die hier in diesem Kanal, was da eigentlich Leute losgelassen haben. Einige Kommentare mussten ich löschen, weil die so dermaßen beladigend waren. Viele Plakate richteten sich gegen Hass. Vom Podium wurde Hass gepredigt. Vom Podium wurde Hass gepredigt. Wir reden hier über die Demonstration in München, ja. Also die größte und die Radios, ja, im Rundfunk wurde gesagt, ja, unglaublich, fantastisch und so weiter. Diese Demo musste vorzeitig abgebrochen werden, denn so viele Leute sind da gekommen. Ich hoffe, dass die Bürgerproteste gegen rechts weiter anschwellen. Er ist ja dafür. Wenn diese spalterischen Tendenzen, wenn diese Instrumentalisierungsversuche von links außen allerdings anhalten, werden sie das Gegenteil bewirken. Es gibt immer mehr solche Stimmen und das ist wirklich sehr wichtig. Und es ist wichtig, dass Sie das auch verbreiten. Also verbreiten Sie bitte diese Videos. Geben Sie diesen Videos einen Like, damit Sie sich auch stärker in YouTube verbreiten. Und ich wäre Ihnen auch natürlich sehr dankbar, wenn Sie auch meinen Kanal abonnieren, damit Sie auch informiert bleiben. Aber damit wir die Leute informieren, was da wirklich passiert, ja, was die Linken in Deutschland vorhaben, um wirklich alles an bürgerlich, konservativ und christlich eben platt zu machen. Insbesondere zur Zeit mit diesen Links-Demos gegen rechts.